Du bist auf der Suche nach einem Job in deiner Region? Artikel schreiben und recherchieren ist deine Welt? Dann bewirb dich als Redakteur bei den Bezirksblättern. Und wer könnte den Job als Redakteur besser erklären als dieser selbst? Mein Name ist Bernhard Schaper und ich bin hier Redakteur bei den Bezirksblättern in Zwettl. Eine meiner Hauptaufgaben ist das Recherchieren und Selbstständige erstellen von Beiträgen. Wir können hier frei entscheiden und sozusagen, was die Leute im Bezirk bewegt, hier in die Zeitung bringen, diese Themen aufgreifen, recherchieren, alle Seiten abchecken und dann unsere Beiträge online stellen. Erstens haben wir auf unserer Seite meinbezirk.at, weiter folgend Facebook und dann natürlich unsere Hauptaufgabe ist, die Beiträge in die Zeitung zu bringen und dann jeden Mittwoch die Leute im Bezirk zu informieren. Mein Name ist Doris Necker und ich arbeite seit 13 Jahren bei den Bezirksblättern Krems als Redakteurin. Unterstützt werde ich von einem Team an freien Redakteuren. Und unser Ziel ist es, am Montag eine Ausgabe korrekt abzugeben mit richtigem Layout, mit den richtigen oder den geplanten Artikeln und vor allem zeitgerecht. Zu einer guten Geschichte gehört natürlich auch ein ansprechendes Bild. Schließlich wollen wir auch über unsere Bildergeschichten erzählen. Sprich, eine unserer Aufgaben als Redakteure ist es, ansprechende Fotos für unsere Artikel zu machen. Das ist aber mit normaler Fotografie gar nicht mehr getan. Wir setzen gerade verstärkt auf bewegtes Bild. Sie sehen gerade eines der Ergebnisse davon. Das beinhaltet Recherchen auf Video zu machen, Interviews mit Interviewpartnern zu führen, eben im Video Grundzüge der Moderation oder auch Texte einzusprechen für unsere Bewegtbilder auf meinbezirk.at. Bewegtbilder Bewegtbilder